Seit gestern befinden wir uns mit Russland im Krieg. Das sagte zumindest Deutschlands Außenministerin. Das muss man sich mal vorstellen. Gestern wurde das berichtet. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das noch nennen soll. Während der Bundeskanzler quasi daneben steht und sagt, er wird alles tun, um Deutschland aus diesem Krieg herauszuhalten, vielleicht wäre der erste Schritt, der erste sinnvolle Schritt des deutschen Bundeskanzlers, erst einmal dieses Sicherheitsrisiko aus dem Amt der Außenministerin zu entlassen.